Die Idee nach Amerika zu gehen war immer schon da. Amerika ist einfach die Skate-Szene viel größer als wir jetzt in Deutschland. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Have you ever seen a Flamingo Air? A Flamingo Air? Flamingo Air, yeah, in video games, yeah. I've never seen a flying Flamingo.